Wetten, dass es die Rathauschefs, der Bürgermeister und der Erste Stadtrat nicht schaffen, ca. 150 Kinder auf ihren Bobbycars nur 10 cm durch eigene Muskelkraft nach vorne zu bewegen. So lautete die Stadtkinderwette. Es war der Spektakel schlechthin. Und die Uelzener Kids waren von großem Optimismus, den Sieg für sich zu verbuchen. Als Wetteinsatz hat die Stadt Uelzen Karten gestiftet zu einem Kinobesuch am 22. September, am Weltkindertag. Aber schauen Sie selbst, wer die Zuschauer, und fiebern Sie mit. Und lassen Sie sich überraschen. Denn Uelzen hat starke Kinder. Ist das nicht ein schöner Weg, dass so viele Kinder haben? Also unser reales Internet-Fernportal ist vorhanden. Und dann... Ich bin mir sehr sicher, dass wir das schaffen werden. Die Niederlage existiert ja gar nicht in meinem Wortschatz. Es mögen 100 Kinder sein, wir werden sie hoffentlich ziehen. Was sagen Sie über? Ja, selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass die Kinder dank unserer großartigen Leistung doch ins Kino können. Haben Sie es nicht gegessen? Darf ich dir die Hand? Nein, ich habe bisher so bei verschiedenen Stationen etwas bekommen, aber so richtig war das noch nicht. Schauen wir mal. Alle Eltern weg! Alle Eltern weg! Bitte alle an die Seite gehen! Alle an die Seite gehen! Die Rennleitung hat grünes Licht hinten gegeben. Herr Luca, oh, ob das gut ist? Also ich denke mal, wir sind bereit und sind guten Mutes und wenn wir denn keinen Zentimeter schaffen, ist es auch in Ordnung. Also Füße nach oben. Füße nach oben. Füße nach oben. Füße nach oben. So, nochmal. Mario, Mario. Mario. Alles klar? Herr Marquardt, stark klar. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Auf die Plätze. Fertig. Los! Los geht's in die Startwette. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ja. So, ich seh da hinten, hat hier's hier gar nicht exempliert. Ja, besser. Nein. Habt ihr euch hinten schon bewegt? Aber das reicht ja, da hinten müssen wir einen Meter. Ihr zieht ja jetzt gerade nur das Gewicht an. Also, einen Versuch habt ihr noch. Einen habt ihr noch. Einen habt ihr noch. Ja. Gar nicht, gar nicht. So, alle Kinder. Alle Kinder bleiben, jetzt sitzen. Jetzt kommt... Ja, Herr Luco, was sagen Sie? Ja, ich bin begeistert, dass ich immer Bocki kann in diesem Umfang hier über Fahrzeuge in unserer Stadt verfügt. Das ist super. Nein, andersrum. Toll, dass die Kinder... Toll, dass die Kinder alle gekommen sind, dass Sie und Ihre Eltern die Bocken, hast du mitgemacht. Ja, danke, toll, ne? Also, das macht der Bürgermeister, dass wir es nicht versucht hätten, aber so viel geballte Kinderkraft, dem ist nichts entgegenzusetzen. Wir haben in Uelzen starke Kinder, ihr seid die starken Kinder hier, richtig? Ja! Obwohl, es gab ja eine Schrecksekunde zu anfangen, das darf ich ja nicht unterschlagen, als sich das plötzlich doch bewegte. Stellt euch mal vor, was, wenn das nicht solche Gucken-Seine gewesen wäre. Damit er jetzt, ja, kann sich ja Assistenz holen, dafür sorgt, dass ihr alle eine Karte kriegt, um am 20. September ins Zentraltheater zu gehen. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Bitteschön. So, die Karten müsst ihr natürlich mitnehmen, ist ganz wichtig, die werden vorne angucken sein. Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihren Kindern hergekommen sind. Und dadurch könnten wir ja auch gewinnen. So, wer hat sich denn von euch ein Bobbycar ausleiten müssen bei irgendjemandem? Ah, da hinten gibt es so ein paar, die sich welche geliehen haben. Klasse. Toner Grundschulen von der Hammerleunschule, wer ist von der Hammerleunschule da? Okay. Wer ist denn von der Lukas-Bach-Meisterschule da? Toll, super, dass ihr alle gekommen seid. Warst du euch sicher, dass ihr ne Wind? Ja. Ja, das sind sie, die waren nicht so sicher. Warst du dir auch sicher? Ja, ja. Ah, klasse. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch toll, wie viele Kinder auf dem Weg gemacht haben heute zu dieser Veranstaltung. Ich saß vorhin schon, wo es leicht anfing zu regnen im Auto und sahen mehrere Kinder immer mit Bobbycar zum Beispiel vorbeikommen. Und hab schon gedacht, meine Herren, was fest heute hier in der Stadt raus. Ich find's einfach schön, ja toll zu sehen, dass so viele Menschen sich zu solch einer Aktion in Bereiterklemmung mitmachen. Und ich bin von Herzen froh, dass die Kinder am Ende ihre Kinokarten willkommen wurden. Ich kann dir eins verraten, hat morgen um 10 an den ersten schon mit Bobbycar's unterwegs. Wir haben das gesehen, wir waren ja schon ein bisschen mehr, haben schon Sachen zusammengesammelt. Also, Uelzen bewegt sich, Uelzen bewegt was. Uelzen macht tolle Sachen und ich find ja Uelzen war toll. ... Ach, ist alles nass? Das geht nicht. Lass uns ein bisschen hochentelscheln, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017